Ja, ja, ich weiß. Hast du es gehört? Ja, ja. Wurde plötzlich von dem Zug angefahren? Ja, ja. Geil. Ja, ja. Hallo? Oh, nee, das war falsch. Niemand hat mir geglaubt, dass ich meinem Lama das Fahren beibringen konnte. Niemand hat die Absicht, Lamas Fahren beizubringen. Doch, ich. Oh. Oh, Beileid. Ich weiß, was ich in Zukunft nicht tun werde. Lamas das Fahren beibringen? Auto fahren. Oh. Oh, das habe ich auch irgendwie im letzten Setz dir. Ich habe gesagt, weil sie so, ja, boah, bald fange ich meinen Führerschein an. Und ich so, boah, sag Bescheid, wenn du fährst, ey. Bleib ich zu Hause. Fandst du nicht so cool? Ne? Hm. Ich fand es irgendwie witzig eigentlich. Okay. Okay. Hast du die Baumstimme? Oh, Baumstimme. Oh, cool. So, fuhren wir das jetzt nicht so. Wie viel Erde ich hier wieder verbaue, ne? Ist ja nicht so, als wenn wir die Erde wieder für andere Projekte brauchen könnten. Ne, ist Quatsch. Weiß auch nicht, wie ich da auf jetzt gerade kam. Ist ja eigentlich schon unser hübsches Texture Packer. Okay. Wie mache ich das denn jetzt? In der Mitte auf jeden Fall ein Feuer. Hm, mache ich. Hallo. Schönen Sie, boah. Irgendwas schade. Boah. Paff. Hat es dir gefallen? Ja, es war lustig. Mach es nochmal. Okay. Stell mir mal eine richtig philosophische Frage. Ich gebe dir eine Antwort. Also so eine philosophische Frage. Jetzt kann ich ja nirgendwo draufklettern. Ach, das geht ja auch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das wird alles anbrennen. Außer du willst das Feuer noch höher machen. Hä, nein, Feuer verbreitet sich doch nicht, oder doch? Doch. Doch? Ja. Oh, da musst du es wegmachen. Ja, du kannst es ja noch höher. Ne, du kannst es ja noch höher machen. Noch höher? Ja. Also nur das Feuer. Nicht die Plattform. Nee, 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 nee Das ist Lähmebohnen. Warte mal, ich check mal eben. Video-Settings. Brightness. Ich knall's noch mal ein bisschen höher, auf 80%. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied merkt, aber... Wir müssen drei machen. Wir müssen drei nach oben machen, das geht sonst nicht anders. Lalalalalalalalalala. Also ich find mein Zimmer ja voll toll. Ich hab für den Drang, hier noch irgendwelche Teenie-Poster aufzuhängen. Ich häng dich gleich auf. E-E-E. Das ist ja voll cool ey. Ah-Ah. Oh-Ah-Ah-Ah-Ah-Oh-Ah-Oh-Ah-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh. Ich hab die Stamko-Rolle aufgefahren. Das muss laufen gehen. Arbeite lieber am Helm. Na gut. Nebenkösten! Scheiß Nebenkösten! Ich dachte, ich hätte schon überwiesen oder so! Was denn? Ich lach nur. Ach so. Das, äh, wusste ich nicht. Ich hab'n voll so genahnt. Wollte Melode kaufen? Ja! Na! Wollte Melode! Naja! Werchen Melode und ich? Ich will diese Melode nicht! Bundespräsident, ich nehme das Land nicht an! Ne, ein Bundespräsident, nein. Halt, stopp. Ich hab mich nur aus Spaß aufstellen lassen, ich will gar nicht Bundespräsident werden. Ich will an Eis. Los alle, wir wollen an Eis, wir wollen an Eis. Das ist doch gehört. Nein, sie machen das, sie machen das, äh, entschuldige Community, ich muss mal einen Schluck trinken. Jetzt läuft er sich wieder den Kopf zu. Also eigentlich sind wir ja zu 80% besorgen. 80% während unserer Aufnahme sind wir eigentlich betrunken. Ja, stimmt, das merkt man teilweise auch. Ja, immer wenn es langweilig ist, sind wir nicht betrunken, also. Wenn ihr wollt, dass unsere Let's Plays weiterhin gut wären, dann... Weiter, ja, das war der beste Witz der Folge. Äh, weiterhin etwas lustig sind. Hahaha. Dann, ähm, geben wir euch gleich eine Adresse unten in der Beschreibung und da schickt... Ach. ...da schickt ihr bitte Alkohol hin. Nicht. Ehrlich gesagt trinken wir fast nie. Nun, du hast wir gesagt, das ärgte ich jetzt ein bisschen. Ja. Elf trinkst ja auch voll selten mittlerweile. Stimmt allerdings. Früher war das schlimmer mit dir. Bitte was? Früher warst du so ein kleiner Schluck Sprecht. So eine Pottsau. So eine Pottsau. Ich finde die Art deiner Treppen irgendwie interessant, muss ich sagen. Ich finde es voll geil. Oh, hier ist ja schon Feuer. Sprint! Sprint! Oh Gott, es breit, ich hol Wasser! Sprint! 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 Aua! Sprint! Sprint! Geh weg! Sprint! Ich sterbe! Ich muss das Feuer ausbrennen, aus, 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 schlagen. Was, erhust du mich einmal, ne? Ja, aber du bist sofort tot. Das ist unfassbar. Ich hab ja auch nichts mehr an. Ich weiß gar nicht mehr, was deins war hier. Ich glaub, es wird. Alles, was du im Inventar und an den Kleidern hast, das gehört erstmal spontan mir. Los! Ich schütte dich! Ja, das kommt hin, 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 das kommt hin. Das schmeiß ich nicht wieder zurück! Das kommt hin, das kommt hin, das kommt hin, das will ich nicht. Das ist auch okay, das ist 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 okay. Oh, das sieht gut aus. Mir wird es sehr leid. Ne, tut es dir gar nicht. Ne, ich war witzig. Aber warum haust du mich auch? Ja, warum nicht? Ich finde deine Fensterstruktur irgendwie komisch. Das ist Absicht. Naja, aber es ist auch auch nicht schlimm. Totale Willkür habe ich da weiten lassen. Ja, habe ich mir gedacht. Wieso? Sieht so aus. Ja, zu Recht. Womit? Mit Recht. Hier, meine Fackeln fehlen, junger Mann. Wo sind sie? Wie viele hattest du? Meine Fackeln? Ja, wie viele? Bestimmt 64 Stück. Nee, das kann nicht sein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Gib dir die Hälfte einfach hier. Ja gut, gib mir die Hälfte. Zehn Stück? 19. Okay, das ist gut. Ich muss sagen, es sind nicht zehn. Die Hälfte hast du liegen lassen im Turm. Ich habe ein ... Stimper. Mimi, miimi, 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 miimi. Tanzzo-Samba mit mir. Tanzzo-Samba, die ganze Nacht. Tanzzo-Samba mit mir. Tanzzo-Tanzzo-Tanzzo-Tanzzo. Tanzzo-Samba. Nicht? Mia. Tandzo-Tanzzo-Boo. U min. Ex-illa-T ampere mm. We're taking the Hobbit to Eisenguard. The Hobbit to Azengard Why is the rum gone? Warum nicht rum? Ich hab alles verbrannt Da ist ein Schiff, das hat uns gefunden Wir waren gestrandet vorher Ja, ja, aber warum hast du den rum verbrannt? Warum nicht rum? Chris? Ja? Du bist der schlechteste Minecraft-Spieler, von dem ich je gehört habe Aber du hast von mir gehört Das ist der schlechteste Spieler, von dem ich je gehört habe Aber du hast von mir gehört Hey, André Was geht das nicht? Mal mit Stein, was denn? Captain André, muss ich jetzt sagen, oder so Oder Player Nee Nicht so witzig Okay Vergehen sie das mal weiter Okay Da kommt 5 Da! Stein ist von dem Oh, ich hab unverschockt Oh, 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 ich will Oh, 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 oh WTF, guck dir das an Wasser? Etzgrad Scheiße, warum hatte ich nicht die Aufnahme? Das wäre mega witzig gewesen. Guck dir das an. Was ich gefunden habe. Im Wasser, beim Angeln. Boah, geil. Richtig heftig, was? Unnormal, ey. Wieder. Gibt's wieder. Guck, was ich habe in der Hand. In mein Buch. Ach, wohl ich war neuest. Na gut, okay. Mit dir spiele ich nicht mehr. Nee, und geh doch wo du wohnst. Ja, ich meinst. Ich bleibe bei meinem Lifestyle. Schmink. Achto auf Seekanzahl. Nee. Ich hoffe, es tut das Geld. Ich habe, ich habe, ich habe. Hä? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, es da ein und das Geld. Da kommt Fisch, da kommt was Oh, Wahnsinn Fisch Lachs Ach ja Was gibt's sonst so Neues? Ich überlege gerade, irgendwas passiert? Ach so, hier, Koalitionsvertrag ist fast durch, wa? Da habe ich mich überhaupt nie mit beschäftigt, um ehrlich zu sein, weil ich dieses Rumgeheule sowas von Ach, nicht bescheiße, scheiß und bindet bin, ne? Ja Ja, danke